Go Tony Click, zurück zu Techit! Und gleich am Anfang muss ich sagen, ich spiele jetzt zur Zeit mal dabei alleine, weil der Domi krankheitsbedingt ausfällt. Und was wir hier schon sehen ist, die Punkte sind jetzt auch da, also die Waypoints. Ja genau, hier sieht man die ganzen Deathpoints, also wo ich gestorben bin, das ihr wahrscheinlich auch gesehen habt. So, jetzt muss ich mal schauen, Waypoints, die Deathpoints könnte ich ausschalten natürlich. Ist glaube ich sehr sinnvoll, Eingang und Home, ja. So. Okay, was werden wir hier als nächstes tun? Als nächstes würde ich mal sagen, wir haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, ja, wir haben ein Restaurant. Und damit gehen wir gleich mal auf Schafssuche. Und ich denke, ich weiß ungefähr, wo, wo, wo welche sein könnten. Hier ist ein Wolf, ja. Und so, auf den Berg können wir auch einmal raufgehen, ja. Gehen wir zuerst mal auf den Vulkan hinauf, ja. Das ist eine gute Idee. Komm her, komm Zombie, 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 Zombie. Du, 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 du. Komm. Und weg ist er. Schön. Hey, da haben wir schon, Schäfchen. Und Creeper, und noch ein Creeper. Okay. Ist mir jetzt egal. Haha. Steigen hinauf. Okay, der Creeper ist mir nicht egal. Aber das kann man gut gebrauchen. Und mal schauen, was haben wir denn hier. Hier müssten noch ein paar Creeper rumlaufen. Oh, ich hasse Creeper. Besonders bei Deckhead. Mir gefällt es ja nur Creeper. Ständig, überall. Creeper, Creeper, Creeper. Na, komm her. Verbrennen. Verbrennen. Schön, brav. Okay, so, das gefällt mir. Ähm, jetzt gehen wir also auf Schäfchensuche. Und, bevor ich es vergesse, hab ich, ja, hab ich. Machen wir natürlich sowas, ist doch klar. Oh. Eine Schere. Ja, komm her, Späne. Ja. Komm, 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 komm. Und weg bist du. So, jetzt haben wir hier Creeper. Und noch ein Creeper. Ein Creeper. Und Creeper. 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 Hoppala, falsche Taste. Creeper, Creeper, Creeper. Schäflein. Ja, unten hat mich gesehen. Ich hoffe, ich entkomme den Typen da noch. Okay, zwei Zombies. Ist mir vielleicht doch zu viel. Oh. Laufen. Laufen. Ja, das... Wie fahren wir? Moment, da schreibe ich noch. Ah. Oh mein Gott. Oh nein, der verfolgt mich immer noch. Das gibt's ja nicht. Der ist sehr hartnäckig. Oh. Oh nein. 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 Nicht sterben. Das ist eine schlechte Idee. Zu diesem Zeitpunkt hier zu sterben. Och du meine Güte. Der geht's ja rund wieder. Okay, dann würde ich sagen, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Wolle will ich jetzt nicht verwenden. Wir haben sicher hier nur Dreck. Gravel geht natürlich auch. So. Einmal zu die Hütten und... So. Wo stelle ich jetzt das Bett hin? Am besten... Hm. Wo bote ich aus? Hier? Hier? Ja. Mach mal was einfach. Ist egal. Ja. Also, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon gesagt habe. Das nächste was wir machen, ist nach dem Bett eine Solarzelle. Damit wir mehr Energie bekommen und nicht immer den Generator anwerfen müssen. Denn das wird erstens auf Dauer geht es auf die Kohle. Und ist erstens laut, produziert nicht so viel Energie und ja, es ist einfach nicht sehr angenehm, wenn man immer wieder was reinschmeißen muss. Ja. Der Nachteil an der Solarzelle ist natürlich, sie funktionieren nur am Tag. Und dafür braucht man natürlich auch einen Speicher. Ja. So. Die Bad Bugs. Kurz für Battery Bugs. Ist das eigentlich wie eine Batterie, die man auch so machen kann, aber mit ein bisschen mehr Speicher. Ich glaube 10.000 oder so. So. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Nein, haben wir nicht. Fackeln. Fackeln. Schaut ganz schlecht aus. Wir haben Kohle irgendwo. Doch. Oder. Ja. Nein. Rubber. Haben wir keine Kohle? Haben wir irgendwas? Wir haben Wood. Okay. Wood ist gut. Aber ein bisschen wenig. Dann müssen wir Holzfällen gehen. Es hilft nichts. Es hilft nichts. Sobi. Ja. Komm her. Vielleicht was essen vorher. Na na na. Ja. Komm. Komm Sobi. Komm. Stöckchen nach. Und Baum weg ist er. So. Ein bisschen Holzfällen. Dann nehmen wir einfach. Schauen. Check. Okay. Nehmen wir diesen Bäumchen hier. Das Bäumchen. Das Bäumchen. Es geht ja relativ schnell. Mal draufschlagen ganz unten und weg ist der Baum. Das ist sehr praktisch. Später dann wird das sowieso alles automatisch funktionieren. Wenn wir unsere eigene Farm dann haben. Oh. Nein. Skelett. Nein. Danke. Ja. Lauf. Beweg dich. So. Ähm. Was wollte ich jetzt machen. Wir können. Ja genau. Äh. Hier. Na. Wir benutzen den da. Ja. Eine Kohle ist ein bisschen wenig. Machen wir schnell ein bisschen mehr draus. Dabei kann ich hier schon mal. Erstens. Brauche ich Holz. Zwei. Ja. Zwei reichen. Für. Eine Tür. Hier. Für die kleine die da hinten. Das war in der Wahl nicht. Ähm. Ja. Die machen wir einfach mal hier hin. Sicherheitshalber. So rum. Ja. Dann. Bett. Bett. Ah. Holz. Auge. Zwei. Nummer drei. Okay. So. Bett. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Zwei. Eins. Zwei. 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 Haltestritter. Das reicht. Für eine weitere Tür. Oh. Und. Hier Ricardo Kohlern. Mit dieser Kohle können wir. Was soll denn ich? Fackeln. 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 Strack. Briche Rad . Das reinheit. downe Kanal. Könnte ich schmelzen. Ich habe hier übrigens Scrolling, nur mal so als Information. Oh mein Gott, hier sind zwei Öfen voll mit, ach, und hier auch noch. Na, das ist die Kiste. Ja, Steak auch nicht schlecht, aber oh Mann, bin ich blöd. Jetzt habe ich die ganze Nacht durchgearbeitet. Naja, okay. Ah, was könnte ich hier hinstellen? Man kann ganz viele Verzierungen machen. Extrem viele, und zwar dafür braucht man eine Siege, ein ganz normaler, aber das mache ich später, wenn es wichtig ist. So, jetzt machen wir als erstes mal, nein, hier, falsche Taste. Und zwar ein Solarzelle oder Solarpanel. Nicht den da, sondern den da. Den da. Und dann machen wir, was brauchen wir da? Cold Dust, Cold Dust. Okay, und Electric Circle und den Generator. Okay, Cold Dust macht man natürlich aus Kole. Ich weiß jetzt, ob es Dings auch funktioniert. Moment, haben wir überhaupt schon einen wie man einen Extractor, aber keinen Messerator. Dann müssen wir gleich einen Messerator. Wie ist denn der noch schon? Ach, meine Güte, ich habe so lange nicht mehr gespielt. Messerator. Me... Nein, doch nicht. Ich mag da mehr. So. Das ist der, der da. Brauchen wir einen Maschinenblock. Flint, Flint, Flint. Sollte ich mir merken. Hoffentlich. Ähm, Maschinenblock geht folgendermaßen. Raffinerieeisen. Einmal rundherum. Dann haben wir einen Maschinenblock. Dann brauchen wir dreimal ähm Flint. Ham! Haben wir jetzt nicht wirklich. Äh, gerade auf Lager. Deshalb. Oder ich finde es einfach nicht an. Das haben wir einfach mehr so. So, du, 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 du. Und Schaufel. Einmal. Ja, und das war's auch schon. Naja, immerhin. Und zweimal. Dreimal. Perfekt. So, jetzt haben wir Maschinenblock. Jetzt brauchen wir nur noch die Electric Circle. Haben wir denn eine hier rum? Nein. Haben wir hier noch? Ja. Und dann brauchen wir noch, das haben wir auch, okay. Electric Circle, dafür brauchen wir mal Copper Cable und für Copper Cable braucht man, ja, das geht sich nicht ganz aus, egal, so, sechs Stück, muss reichen. Dann, wie ist das gegangen, so, oder nein, so rum, so. So, dann ein Iron, aber ich denke mal, es ist ein Refernerie-Eisen, ja, das heißt, wieder mal, das brauche ich auch, den Eisen hier rein und warten. Was haben wir denn sonst noch alles lagernd? Marmor haben wir, dann Pilzsuppe haben wir noch nicht, das könnte ich auch anpflanzen, das, ein paar Bäumchen. Können wir mal ein paar Bäumchen setzen, und zwar den da und den da, den brauchen wir jetzt auch nicht, ja, so. Okay, setzen wir einfach wieder hier hin, einmal, zweimal, zweimal, viermal, fünfmal, Bowmeal, Bowmeal. Können Sie ein bisschen höher wachsen, bitte, ja? Okay, das ist ein Wahnsinn, das ist ein Wahnsinn. Dann setzen wir es hier hin, und, boom. Okay. Fast. Nein, egal. Hier, hier, tak, 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 tak. Boom, boom. So, das darfst du erreichen, dann haben wir noch einen Opfer. Zum Reinhauen. So, ja. und die so kann man eigentlich auch 3 ernsthaft drei Stück es ist eine Verarschung drei Stück ok ja das war wieder ein Bug egal so jetzt in der Zwischenzeit dürfte das fertig sein dann können wir das da nein das ist falsch das hier reingeben also jetzt aber das in die Mitte das und das hier hin und nein wir können wir haben elf elf ist genau einer zu ja okay das gibt's ja nicht wir brauchen genau einen mehr dann wir brauchen ja zwei Electric Circle also müssen wir ein paar Rubber sammeln beziehungsweise das andere Zeugs mit dem man dann Rubber macht hier ist einmal nix hier ebenfalls sieht aus als wäre wollen die nicht nein nein wir haben ja Zeit wir haben ja Zeit ähm ich weiß nicht ob der Richtige ist aber normal sollte es der Richtige sein ja 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 der hat auch nix ein nein das gibt's ja nicht die müssten ja schon längst lang nachgekommen sind ein Wahnsinn naja wenn das so ist dann musst du leider dran glauben und das dir müssen wir dann eben den Rapper herauspressen hey hier haben wir noch was so kommt sie auch kommt sie auch kommt sie auch schön brav naja gut naja gut naja gut hier vielleicht ah oh na warum nicht gleich so meine Güte vor der Nase wieder mal ja ist auch klar ok hier ist nix hier schaut's auch schlecht aus hier jo ja hier hier ist es ok ok hm ja bisschen voll vielleicht aber ist ok ist ok es geht's ähm dann wieder hier reinschmeißen so haben wir es dann 5 und du natürlich ein bisschen leiser wir bräuchten genau einen bisschen schneller kleines wenig ein klein wenig schneller wenn es geht danke sehr und tak so jetzt können wir einmal 6 weitere von den dingen machen damit können wir ähm jetzt die electric circle machen mit ähm da zwei stück dann ähm den blut jetzt habe ich es vergessen ah nein 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 hier electric circle oh wir brauchen für den nur einen egal Flint ok ok das sollte man jetzt merken wenn ich allerdings ein bisschen Stein werde ich schon brauchen so ähm ja der da Maschinenblock hier und die 3 Flint hier oben also 3 mal Flint Cobblestone Cobblestone Maschinenblock die electric circle für einen Messerator und was kann dieser Messerator erstens muss ich hier ein bisschen Kohle fladern und das hier hineingeben dann können wir erstens den auch gleich hier hin und ich weiß nicht geht das mit denen auch nein Charcoal geht nicht zum Verbrennen müssen wir ein Normales also Verbrennen zerkleinern es ja eigentlich nur so es ist tierisch laut ein Wahnsinn ja ok hier haben wir wieder 12 da können wir wieder 9 produzieren das ist gut 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 dann hier noch rein und dann haben wir wieder 6 Copper Cable ok dann warten wir ja hier bis das fertig ist weil das startet ja eeeewig in der Zwischenzeit könnten wir eigentlich gleich nochmal einen Generator machen Generator wie ist denn der gekommen hoppala ja so eine äh Batterie Maschinenblock und eine Forante oder Iron 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 wir schmeißen die hier rein und dann warten wir gespannt gell wir können aber eigentlich wir haben ja irgendeine Bone Meal genau aber wir können ja auch ähm ja noch was zur Zwischenzeit machen und zwar ich würde sagen wir haben Moment 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 bitte warten also hier mal rein hier ist ja ziemlich finster und wenn es ziemlich finster ist dann gefällt es den ähm Pilzen ja ziemlich gut und deswegen würde ich sagen setzen einfach hier mal ein paar Pilze an damit wir genug auf Vorrat haben und natürlich hier gibt es ja auch was ganz schönes oh Eisen Eisen, 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 Eisen wir brauchen ja ganz dringend Eisen wir haben ja nicht mehr so viel und ähm ja was noch, was noch was noch, jetzt muss ich ja wieder rauskommen äh ja hier einsammeln geht nicht, okay auch egal so das ist gut hier noch ein bisschen ausbauen und dann würde ich sagen schmeißen wir ein paar Pilze rein und dann das reicht schon Pilze, Pilze zwei Stück haben wir jetzt mit wow okay warum geben Pilze Licht ab tja wer weiß, wer weiß, wer weiß wer weiß es ist finster es ist ja mehr oder weniger schlecht also mir stört es noch nicht und wir haben jetzt genau vier brauchen wir vier oder brauchen wir drei drei Stück hier vielleicht ein bisschen Stein rein dann kann man das wieder aufsammeln weiß ich genau verkehrt herum aber egal so ähm das können wir hier rein geben das hier so was haben wir denn jetzt hier ah ja das habe ich jetzt schon ähm das brauche ich dann müssen wir wieder einen neuen Block machen eine Maschinenblock dann brauchen wir eine Batterie eine Batterie eine Batterie eine Batterie Batterie dann brauchen wir TIN Kabel haben wir und noch irgendwas Spezielles aber mein Gott das wollen wir dann auch kommen ich will dir klicken was kann denn was noch bad enter oh TIN TIN das 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 und Copper Cable ok sollte ich mir jetzt gemerkt haben machen wir gleich zwei Stück hier und hier und Copper Cable hier dann haben wir zwei Stück das ist gut dann brauchen wir einen Ofen einen Ofen ein Ofen braucht das hier sollte man wissen wir haben ja die ganzen Rezepte hier die es in Minecraft schon gibt und dann auch noch die dazu also es wird dann schon relativ viel also Ofen in die Mitte dann oder könnte man nicht eigentlich auch den nehmen ich glaube man kann sogar den nehmen und dann eine Batterie dazu oder ob ich das irgendwie falsch erinnere Generator ein Franser und dreimal ok 3 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 so irgendwie richtig so was habe ich jetzt falsch oder was hin oder was Iron Franser ich kann es mal mehr A battery A battery A battery normales Eisen ok ich habe er hat dann so geht es nämlich auch es gibt ja mehrere wie gehen und dann macht es immer denkt ihnen er hat da und jetzt müssen wir die ist so nah das solar panel so 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 war das hier das nein der da hinten der ohne die jungen Zeichen ist der wird noch nicht so gemacht als kohle aus kohle aus glas haben wir aus wir haben sicher kein glas soviel ich das weiß damals 60 sand ist egal und machen wir das mal zu glas haben wir hier noch ja dann schmelzen man die zwei nein schmerzt mir nicht ja ja flex uranium schulke hier ist ein flint auch schön da haben wir noch so ein rubber das ist auch gut zu gebrauchen kann man das verheizen mal schauen mal schauen haben wir hier noch ja hier ist noch an probieren hier ist es schade sehr schade hätte sein können und dann wir haben wir noch holz 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 den können wir jetzt eigentlich auch der da hier reinstecken hier reinstecken holz ja genau das hier weg damit sei jetzt da hoffentlich der wisch ist jetzt richtig rum weil meistens nein nicht kohle nicht kohle das hier kohltast und den generator und wir haben ein elektric circle wir brauchen zwei von diesen dingen da könnte man wahnsinnig werden das schmeißen wir wieder raus hier das und das dann brauchen wir noch das in die mitte und so machen wir wieder einen elektric circle jetzt haben wir zwei elektric circle generator in die mitte dann zack 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 und ja solar panel yeah cold dust cold dust glass glass electric circle und den generator bärm ja und ich würde mal sagen dann gehen wir mal eine runde pennen hier linkes Bett dün 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 schön ah wunderbar wuffi wuffi wuff 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 ähm ja jetzt kann man das hier mal aufstellen wo stellen wir das am besten auf ich würde sagen hier in der richtung ich sollte die schaufel benutzen ja nicht das essen die schaufel die schaufel 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 lala so bald müssen wir ja sind wir draußen oh Sven's Pizza okay ja das kann ich auch noch weg machen lass das das brauchen wir nicht ähm ja jetzt ist es auch weiter draußen aber so ein bisschen weg sollte er nicht zu weit weg von dem ganzen Speicher sein nein ein Copper Cable verliert pro 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 Dings ein paar Dings ne pro also pro 5 pro 5 Copper Cable verliert es ein Volt Dings da ja egal also die Effizienz der Effizienz Dings da ist eine Blume zu machen wenn man genug Solarpanel hat also wenn man gleich 5 Stück davon hat einer links einer rechts einer vorn einer hinten und einer oben das wäre das Effizienteste dann müsste ich es aber noch ans Höhe na vergessen wir es einfach wir haben jetzt sowieso noch einen also ähm lassen wir den einfach mal so hin stellen den da drauf und der ZSN äh ja es produziert Strom wir können den zwar noch nicht abgreifen aber wir haben jetzt ja zumindest jetzt mal das aufgestellt und jetzt da was das nächste ist was wir machen müssen ist ähm die Battery Bad oder Bad na Bad Bad irgendwie so heißt das ne ich verzeuge Bad 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 es heißt Bad 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 irgendwie so ja Badbox okay Badbox das werden wir das nächste brauchen das ist zum Speichern so das ist nämlich auch für Railcraft irgendwie so kann man nämlich das auch auf einen Minecraft stellen und dann kann man die Energie sozusagen herumtransportieren also die Batterybox ganz einfach zu machen dreimal Batterien und Holz und ein Copper Cable. Also Batterien brauchen wir noch ein bisschen mehr. Das heißt, wir brauchen eigentlich noch zwei Stück. Haben wir denn noch Ten? Hier ist Ten. Din, din, din. Din, 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 din. Din, din. Dann hier noch zwei Redstone und Copper Cable. Zweimal Batterien bitte. Danke sehr, sehr lieb von dir. Und jetzt vertschüsste ich. So, nein. Ja. Dann hier, hier. Hier, hier, hier. Haltsen. Dann die dreimal Batterien. Wo sind sie denn? Hier. Eins, zwei, drei. Und ganz oben Copper Cable. Eine Bedbox haben wir jetzt auch. Yeah. Und diese Bedbox stellen wir eigentlich am besten. Müssen wir die eigentlich hier hinstellen. Oder eins weiter hinten. Hier. Ich brauche noch ein bisschen, also hier noch ein bisschen verlängern. Ich hoffe, das geht sie aus. Nein, geht sie nicht aus. Ist doch klar, dass es das nicht ausgeht. Aber wie haben wir hier? Nein, haben wir nicht. Schade. Also, wir brauchen noch ein bisschen von diesen Dings da. Nicht. Von diesen Dingens. Mal schauen. Hallo hier. Ist das einer? Ich kann die irgendwie ganz schwer auseinanderhalten, wenn ich mich nicht auskenne, dass ich die gepflanzt habe. Was jetzt von welchen, was, wie, wo es, wieso ist. Aber es gibt ja hier hinten, ja, was ich in der ersten Folge voll übersehen habe. Ja, die zwei Sachen da hinten. Ähm, die zwei äh, Ruppertrees. Irgendwo da müssen die sein. Ja, hier hinten. Wenn sie jetzt ja ein bisschen dunkler sind sie, aber wie die, die schauen halt doch aus sehr wie die Tannen. Also hier haben wir einmal. Das kann ich wieder nicht aufnehmen, das Ei brauche ich nicht. Ähm, ja. Ja, hier hinten.